Dann Manfred Kaltz, das sieht oft behäbig aus, was er macht. Rechts geht Rolf mit. Und dann hebt er den Ball rein und in die Vorlage läuft Thomas von Hesen und der erzielt nach 61 Minuten die Hamburger Führung. Dortmunds Abwehrspieler wähnten Thomas von Hesen im Abseits. Aber ich meine, bei dieser Ballabgabe war von Hesen noch hinter seinem Gegenspieler, läuft geschickt in diesen Pass. Keine Abwehrmöglichkeit für Immel. Dann Egli, setzt zum Schuss an, wird von Kaltz von den Beinen geholt und sofort zeigt Schiedsrichter Hans-Peter Delving auf den berühmten Punkt. Michael Zorc gegen Uli Stein, der bis dahin die Dortmunder Stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung trieb. Zorc behält die Nerven und erzielt nach 73 Minuten für Dortmund den hochverdienten Ausgleich. Inzwischen 86 Minuten gespielt, weiterhin 1 zu 1. Der HSV hier mit Magath, der zieht ab und Eike Immel ist geschlagen. Ein scheinbar harmloser Schuss, der allerdings von Michael Zorc, so meine ich, noch abgefälscht wird. Keine Möglichkeit für Eike Immel. Keine Immel. Keine Immel. Vielen Dank.